Herzlich willkommen bei Teaching Saxophone, dem Podcast für Saxophonlehrerinnen und Lehrer. Heute zu Gast ist Charlie Lang. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Es freut mich, dass du extra gekommen bist. Das Thema heute ist Körperarbeit im Instrumentalunterricht. Charlie, du hast deine Masterarbeit zum Thema Embodiment geschrieben. Wir sehen hier mehrere Arbeiten zu diesem Thema. Das ist deine Masterarbeit, die ich gerade erwähnt habe. Kannst du uns ein bisschen erklären, worum es da geht, was man unter diesem Begriff nur schon verstehen darf? Ja, sehr gerne. Ich habe das Thema Embodiment für mich entdeckt, weil ich gemerkt habe, dass es ein Tool sein kann für den Musikunterricht. Oftmals kommen die Kinder gestresst oder aktiv aus irgendeinem anderen Unterricht, aus einer anderen Aktivität oder müssen direkt weiter. Und ich habe gemerkt, dass ich durch beispielsweise Körperübungen sie abholen kann und sie beim Unterricht ankommen können. Das können kleine Übungen sein. Also ich habe 20 Übungen entwickelt, eine kleine Broschüre erstellt. Das ist das, oder? Genau. Mit Bildern und Ideen, damit sie sich das auch gut vorstellen können. Einerseits eben, um abzulenken, abzuholen. Andererseits, um bei Problemen zu helfen. Können wir da gleich etwas ausprobieren? Es ist eher später Nachmittag, ich bin schon ziemlich zerknittert und so ein bisschen, gibt es da was? Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass ich jetzt ein Schüler wäre, der aus der Schule kommt und schon ein bisschen K.O. ist. Und ich komme jetzt zu dir in die Saxophon-Stunde. Genau, also was immer hilft, das Instrument ist schwer, vor allem nach einem langen Tag oder wenn man noch nicht so groß oder stark ist. Und was da hilft, man spart meistens die Schultern an, zum Beispiel wenn man ängstlich ist oder unsicher, dass man die runterbringt und anstatt dass man den Kindern sagt, entspannen doch jetzt die Schultern, die wissen nicht, was das heißt. Genau, versuchen die Gegenbewegung zu machen. Mit dem Bild Pinguins ein, also dass man die Hände am Körper abspannt und die Schultern hoch und runter bewegt und dass sie so merken, was heißt denn entspannen. Dass sie die Entspannung durch die Anspannung lernen. Ja, also eigentlich als Gegenteil von der Spannung. Genau, und das kann auch spielerisch sein, mal schnell merken, das pumpt in die Arme. Ja, ich kenne den so. Du kennst den so? Ja, der macht total Spaß. Und den habe ich tatsächlich… Den dann hier, ist das die Sehnen reichen? Ist das dann hier so? Ich glaube, ich habe selbst durch viele Spiele im Bachelorstudium plötzlich extreme Muskelschmerzen bekommen im Arm und dachte, es ist eine Sehnscheidenentzündung und der Arzt meinte dann, ich soll das viel dehnen. Und daraus hat sich dann ergeben, dachte, es ist eigentlich noch lustig, dass man das mit Tieren verknüpft. Genau. Das wäre eines. Wenn es dann zum Beispiel um Themen geht wie Atmung, was ich ziemlich schwer finde zu erklären, wie atmet man richtig? Beispielsweise den Impuls vom Zwerchfell zu spüren, anstatt dass man sagt, ja, spür das Zwerchfell, was ich oft gehört habe, wäre es auch da eine aktive Übung zu machen, wie zum Beispiel hecheln wie ein Hund. Sieht dumm aus, ist aber egal im Musikunterricht. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, dass man kurz… Ja? Da habe ich gerade eine Frage, weil ich habe einen Schüler, bei dem es sehr wichtig wäre, wenn er mehr Atmen, also auch mehr Luft brauchen würde. Und er ist aber sehr verschlossen. Ja. Also ich merke auch, es ist für mich schwierig, ihn zu erreichen. Ja. Oder ja, er lächelt auch selten. Und ich habe gemerkt, ich müsste jetzt mit ihm unbedingt Atemübungen machen, aber eben wenn es, ich denke, nur schon, also ich sehe nur schon so eine gewisse Abwehrhaltung, wie er da steht. Und ich denke, wenn ich jetzt hier mit Körperarbeit, ich weiss gar nicht, wie ich das sagen würde, anfangen soll. Oder wir haben jetzt einfach so, ich sage es mal, neutrale Atemübungen ein bisschen angefangen, mit irgendwie einfach nur schon mal ein bisschen zählen, bewusst ausmatten. Aber ich merke, wie er da total so gefangen ist oder blockiert ist irgendwie. Also gibt es da auch zum Beispiel ein Bild oder also das Hecheln, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, das würde er nicht mitmachen, weil das dann auch so, eben wenn du sagst, es sieht dann so ein bisschen kolisch aus. Klar, also es gibt auf jeden Fall Schülerinnen und Schüler, da würde ich es nicht machen, weil ich merke, dass auch nicht in einer ersten Stunde, das braucht eine gewisse Vertrauensbasis. Was ich mag, ist die Vorstellung von, also ich arbeite viel mit Bildern, zum Beispiel ein Luftballon, ein Heißluftballon. Okay. Dass man den versucht zu füllen. Den hast du auch da drin, oder? Der ist auch da drin, genau. Das heisst, ich stelle mir vor, die Lunge ist ein Heißluftballon. Oder mein Oberkörper ist ein Heißluftballon. Genau. Also, dass man den nicht nur füllt und nicht nur zählt, sondern dass man versucht, immer grösser zu werden bei jedem Atemzug, dass der Ballon immer höher steigen kann. Das wäre eine Übung. Dass das Bild eigentlich auch ein bisschen ablenkt vom Körper. Genau. Dass man nicht so allzu fest denkt, irgendwie so am Körper ist, sondern dass man eher so ein bisschen weiterdenkt. Und auch das Hecheln ist einfach komisch, wenn ich sage, komm, wir hecheln mal. Wenn man sich vorstellt, hey, ich bin ein Hund, es ist gerade heiß, ich habe Durst. Okay. Einfach, dass man ein bisschen ablenkt von der eigentlichen Situation. Da sind wir jetzt schon lange weg, weil die eigentliche Situation war, dass jemand kommt und noch beim Fußballmatch ist, den er verloren hat. Oder bei der Prüfung, die er nicht bestanden hat. Wir sind schon seit fünf Minuten beim Saxophonunterricht, ohne zu merken, dass wir eigentlich, wir sind schon voll drin. Und das ist das Coole, finde ich. Dass man nicht direkt einfach sagt, was waren die Hausaufgaben, hast du geübt? Druck, Druck, Druck. Sondern dass man sagt, okay, komm, wir machen was zusammen. Ist auch für die Lehrperson entspannter als immer nur Leistung. Dass eigentlich die Schülerin oder der Schüler zuerst mal ankommen kann und mal zuerst über den Körper einfach mal ein bisschen den Alltag hinter sich lassen kann und dann wieder frische Energie hat für die Saxophonunterricht. Und ich versuche dem auch, gar nicht so viel Gewicht zu geben. Also ich selbst weiß, was die Idee hinter der Übung ist, aber für die ist es einfach eine spielerische Übung. Und das gefällt mir viel besser als, Atmung ist sehr wichtig, lass uns jetzt unbedingt atmen, weil du atmest falsch. Du musst jetzt, ja genau, jetzt entspann dich mal. Genau, und das ist dann direkt so gegen die Wand. Und die Idee ist, davon wegzukommen. Du hast hier dritt auch eine, die erste Übung ist eine gesunde Körperhaltung. Jetzt können wir hier ja nur im Sitzen, weil wenn wir stehen, dann sind wir aus dem Bild draußen. Wie sieht so eine Übung aus für gesunde Körperhaltung beim Sitzen? Eines, was wir schon gemacht haben, sind auf jeden Fall die Schultern, dass die unten sind. Mir hilft es, mir vorzustellen, dass ich eine Krone trage oder wie so ein Apfel auf dem Kopf. Also jetzt nicht eine Überstreckung, aber einfach eher aufrichten. Was mir da extrem hilft, ist vorne am Stuhlrand sitzen. Wir machen es beide. Ja, hier ist nämlich der Stuhl ein bisschen schwierig, weil hier hinten sinkt man so ein bisschen ein. Richtig. Und das lädt natürlich ein. Und ich glaube, das ist auch als Lehrperson wichtig. Wie begrüßt du die Schülerin, den Schüler? Hallo. Der Nächste, bitte. Genau. Oder bist du da, bist du wirklich bereit? Ja. Und das ist einfach, wenn wir lange sitzen, lange stehen, es ist einfach anstrengend. Und gerade mit schweren Instrumenten oder für die Kids ist das, auch sogar das Altsaxe, von was ich gleich spielen werde, trotzdem schwer. und dass man da die Mitte behält. Und mir hilft manchmal die Idee Wonder Woman, das ist auch so ein Begriff Embodiment, dass das, was man darstellt, man somit die Stimmung beeinflussen kann. Beispielsweise, ich gehe in eine aufrechte, starke Position und dann fühlt man sich schneller so, wie wenn man versucht, so in eine selbstbewusste Position zu kommen. Schwierig, oder? Ja. Ja, das kenne ich auch. Also das ist eigentlich die Idee, dass Körper und Geist eigentlich in Wechselwirkung sind, oder? Genau. Dass wenn man zum Beispiel nervös ist, geht alles, schließt sich alles, oder? Und wenn man es dann schafft zu öffnen, dass sich dann auch die Psyche wieder beruhigt. Weil man eigentlich zuerst beim Körper das Signal aussendet, alles ist gut. Genau. Genau. Anstelle, dass man beim Kopf versucht anzusetzen, beruhig dich doch, beruhig dich doch. Richtig. Gut, und man ist aber trotzdem anzusetzen. Das ist eine Strategie. Und die Idee vom Embodiment ist, oder auf jeden Fall das, was ich selbst herausgefunden habe, dass wir, wir haben die Umwelt, das Draußen, wir haben den Körper und den Geist. Und dass die drei alle miteinander in Verbindung stehen. Dass man eben, wie du gerade gesagt hast, nicht der Geist die Umwelt beeinflussen kann, aber dass wir gemeinsam die drei Punkte gemeinsam nutzen können, um gemeinsam zu arbeiten. Ja. Und sich gegenseitig positiv beeinflussen. Natürlich kann man es auch negativ beeinflussen. Und das nur schon zu begreifen als Vorbildfunktion, die wir haben, finde ich total spannend. Machst du, du hast hier 20 Übungen, sind die alle für den Anfang der Lektion gedacht? Oder machst du es manchmal einfach auch mittendrin, wenn du denkst, ah, das würde jetzt gut tun, oder als Abschluss auch? Ähm, unterschiedlich. Also, es gibt Aufwärmübungen, Sachen wie, ich packe einen Ton in den Rucksack, du packst den nächsten in den Rucksack, das sind eher so Aufwärmübungen. Ähm, aber so einen Pinguin mache ich auch gern mal dazwischen, wenn die Konzentration weggeht. Wenn ich merke, er hat keinen Bock mehr. Du hast die auch so katalogisiert, habe ich gesehen, oder? Es gibt diese Übungen für Konzentration, gewisse für Atem. Was hast du alles für Kategorien? Bitte noch mal. Ähm, eines war eher das Beruhigen der Entspannung, dann eins aktivierend und eines für Fokus. Ich glaube, ich habe es in drei. Diese drei Bereiche, ja. Und ich würde es jetzt auch anders machen, das ist jetzt fast drei Jahre her, sind auch Übungen dabei, die merke ich, die funktionieren zum Beispiel mit Kindern nicht gut, oder die brauchen zu viel Zeit, oder so. Um sie zu erklären, oder um sie auszuführen, ja. Oder auch das bewusste Spüren, ich glaube, das muss sich auch entwickeln. Also manchmal ist nur schon ein, hey, setze ich mal gerade, wie fühlt sich das an, ist schon fordernd. Also auch selbst, das zu spüren, was heisst das eigentlich. Also teilweise ist es ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was ich dann gemerkt habe im Unterricht, okay, es funktioniert gar nicht. Hat es auch Übungen dabei, die zum Beispiel auf den Ansatz einen Einfluss haben, oder ist es mehr das Atmen und der Fokus? Weil zum Beispiel jetzt fällt mir noch ein anderer Schüler ein, der mit ziemlich viel, das so ein bisschen verkrampft reinkommt und dann spiegelt sich das natürlich auch im Ansatz und es kickst dann oft, wenn er spielt, weil er halt einfach, ja, und wir machen dann viele Übungen dazu, aber er kommt immer wieder in diesen Tonus rein. Also jetzt da drinnen nicht, ich versuche da einfach kreativ zu sein und dann manchmal im Moment irgendwelche Namen zu erfinden oder sagen, da gibt es diese Übung, die sich dann gerade entwickelt hat. Bei so einem Fall, was ich gerne mache, immer kurz den Hals nur und das Mundstück, der einfach den Fokus vom ganzen Instrument weg, einfach, dass diese Überforderung von richtigen Tönen, von richtig, da gibt es ja so viel, was man beachten muss, dass man zum Beispiel einfach sagt, okay, wir spielen mal einen langen Ton, kann der höher, tiefer werden. Und dem kann man dann, egal welchen Namen geben. Dass das Wort Ansatz gar nicht fällt, sondern dass man einfach macht, aber du hast im Hinterkopf, dass er damit seinen Ansatz lockt. Genau, und ich sage dann auch nicht, ich sehe da ein Problem, komm, wir machen so, dann geht es weg, sondern einfach, also ich, meistens gehe ich da erstmal gar nicht drauf ein, sondern sage mal, hey, leck mal kurz den Körper weg, ja, machen wir was anderes. Leck mal kurz deinen Körper weg. Okay, leck mal kurz, mach nur Geist und Umwelt. Genau, also, dass man irgendwie sowas. Genau, und da zum Beispiel merkt, okay, ich kann den Ton gar nicht tiefer kriegen, warum geht das nicht? Wenn man merkt, alles ist verspannt, okay, was kann ich ändern? Dann, was kann ich mit der Zunge machen? Dann, was kann ich, dass man so langsam rantastet und da versucht, ein anderes Körpergefühl zu kriegen, das sich dann mit der Zeit aufs ganze Instrument überträgt. Das ist so die Wunschvorstellung. Ja. Wie oft es dann klappt. Muss man einfach immer wieder einen Anlauf nehmen, glaube ich. Aber da arbeitest du dann schon auch mit konkreten Anweisungen, versuch mal hier oder auch wieder über Bilder oder beides? Beides, also, das erste wäre wahrscheinlich die Zunge, dass ich die erkläre und sag mal, probier mal, kannst du die Zunge nach unten so. Oder mit Vokalen dann auch. Da kommen dann meistens auch Ideen von den Kindern, genau, da kommen dann Ideen von den Kindern und sagen so, ja, einer hat mal gesagt, ich kann die Zunge wie so ein Blatt Papier auf nasses Wasser in Wasser legen. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Würde ich jetzt als Beispiel nicht nehmen für andere Kinder. Aber das Coole ist ja, die kommen dann mit eigenen Bildern und für die passt das dann. Es gibt auch Leute, die können mit Bildern gar nichts anfangen. Dann bringt das nichts. Die schauen einem dann so an. Ah, okay, Katze. Okay, cool. Aber dann ist es so, okay, gut, dann passt das bei dir jetzt nicht irgendwie. Vielleicht bei Menschen, die lieber über den Kopf gehen, vielleicht auch bei Erwachsenen ist das vielleicht häufiger, oder? Weil man sich gewohnt ist, vielleicht schon 40, 50 Jahre das Leben hauptsächlich über den Kopf organisiert hat. Ist das vielleicht dann wieder einfacher, wenn man das Bild weglässt und sagt, jetzt strecken wir uns so? Ja, es gab schon auch schon unangenehme Momente mit erwachsenen Leuten, wo man sagt, und wir strecken uns und berühren die Decke und dann ist es so, okay, komisch, so unangenehm. Aber das ist auch tatsächlich, das habe ich auch versucht zu sagen, wir als Lehrpersonen müssen ja auch extrem schnell switchen. Also jetzt gerade, ich kenne das hier als 25 Minuten oder 30 Minuten Unterricht, immer neue Schülerinnen, neue Schüler, extrem anstrengend für uns auch da immer zu switchen und dann ist man halt kurz in einem Film und merkt, okay, jetzt war ich kurz ein bisschen kindlich oder zu ernst. Also, was ich bei Erwachsenen gemerkt habe, weil ich kenne viele Körperübungen über Tai-Chi, Aikido, Qigong oder so, dass ich nie lange praktiziert habe, aber ein bisschen reingeschnuppert habe zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben. Und das merke ich, dass Erwachsene dann das wie leichter nehmen können, wenn ich sagen kann, das ist aus dem Tai-Chi oder so, dann bekommst du eine gewisse Ernsthaftigkeit und dann können sie das machen. Dann ist es auch nicht kindlich, oder? Ja, dann wurde es, wie sagt man? Dann ist es beglaubig. Genau, sehr gut. Dann kann man das machen. Mit Erwachsenen mache ich dann eher Sachen wie, wenn man Mühe hat mit Rücken oder so, dass man einfach die Beine dazu nimmt, im Schritt läuft oder so, dass man so den Körper dazu nimmt, ohne jetzt bewusst auf eine gewisse Stelle zu gehen. Aber oftmals nur schon durch die Übung einen, also Flamingo, einen Fuß heben, entsteht eine ganz andere Körperspannung, wie mit zwei Füßen am Boden. Es braucht so wenig. Auch bei einem Kind. Ich kann das nicht spielen. Okay, nimm mal einen Fuß vom Boden. Und plötzlich geht es. Und du denkst dir, ja, und dann kommt der Fuß wieder auf den Boden und es geht wieder nicht, weil es einfach kurz nicht daran gedacht hat. Und das sind so Tricks, die ich manchmal auch verwende bei so Vorspielübungen. Und ich muss sagen, keiner weiß, dass du gerade den Fuß hebst. Machst du ein bisschen. So kleine Geheimnisse, so Codes, die wir zwischeneinander haben. Sehr cool. Also das ist deine ganze Arbeit, also das besteht aus einem theoretischen Teil, wo du das Ganze erklärst, was ist Embodiment überhaupt. Da beziehst du dich auch auf dieses Buch. Richtig. Das war so die Inspirationsquelle. Und im zweiten Teil sind nachher diese konkreten 20 Übungen. Die können wir gerne verlinken, oder? Die darf jeder beziehen. Also wenn du diese Übungen, diese Broschüre möchtest mit diesen Übungen, dann kannst du dich einfach bei mir melden, Matthias at teachingsexophon.com. Matthias mit zwei T und H. Dann schicke ich dir die zu. Auch auf der Webseite teachingsexophon.com wird die erhältlich sein. Also da kannst du die dann downloaden oder nutzen. Genau. Und die darf gerne wachsen, diese 20 Übungen. Ja, genau. Also wenn du selber auch weitere Übungen kennst oder vielleicht auch ein Buch kennst, das super zu diesem Thema passt oder sagst, da gibt es auch noch ganz tolle Sachen, dann schreib das zum Beispiel doch bei YouTube unter diesem Podcast in die Kommentare. Dann können es andere auch weiter ergänzen oder eben auch schreib es mir in eine Mail und ich sammle das dann und stelle es auf die Webseite dazu. Genau. Also das wären schon mal die 20 Übungen von Charlie Lang. Genau. Und das war die Inspiration dazu. Ist das dann auch Instrumentalunterricht oder ist das eher allgemein gehalten? Jetzt muss ich kurz drücken. Also es ist von vier Leuten eine gemeinsame Arbeit und die kommen aus verschiedenen Feldern. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es nicht unbedingt mit Musik verknüpft. Sondern Körperübungen einfach für... Ist es denn für Kinder und Jugendliche speziell gedacht auch, oder? Ähm, auch nicht unbedingt eigentlich, aber ich sehe hier gerade, dass jemand aus Zürich dabei, Institut für Selbstmanagement und Motivation Zürich. Und dann, ähm, also Psychiatrie, Psychologie, also es ist mehr so Verknüpfungen von Themen, was sehr spannend ist. Ich glaube, den Begriff im Bodyman so als offiziell, das gibt es gar nicht unbedingt. Ja. Eine Studie, die du anführst hier in deinem theoretischen Teil, die war gerade diese Woche auch in der Zeitung irgendwo. Das ist es Facial Feedback, glaube ich. Ja, ja. Das heißt, wenn wir lächeln, obwohl uns nicht danach isst, mit einem Bleistift in dem Mund, das muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht ausprobieren. Ja, das war so eine Studie, die ich gesehen habe. Ja, das habe ich schon gedacht. Dass man einen Witz erzählt. Ich muss sie jetzt schon machen. Genau. Dass man einen Witz erzählt, und es gab zwei Gruppen von Menschen. Und eine Gruppe sollte den Witz, während er erzählt wird, ich glaube, so ging es, Lippe nach vorne. Oder so. Oder spitz. So was. Auf jeden Fall nicht lächeln, die Bewegung. Und andere sollten den, sie nehmen den Hals jetzt in den Mund, sorry, die Zähne. Ja. Und die fanden den Witz viel lustiger, weil sie schon in der Bewegung vom Lachen waren. Ja. Das sind auch Sachen, die man nutzen kann. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig die Vorbildfunktion ist. Einfach nur schon durch das Vor- und Nachmachen. Manchmal kann man es auch gar nicht in Worte fassen, aber man kann es einfach oft zeigen. Oder auch mit einem Spiegel, dass man sich selbst sehen kann. Ja. Gerade was Ansatz angeht, finde ich wahnsinnig schwierig, das in Worte zu fassen. Ja. Glaube ich. Ja, weil man ja auch nicht rein sieht, oder? Manchmal. Das finde ich nur das schon schön. Genau. Und Zunge, ja, okay. Als ich das die ersten paar Mal gesehen habe, so, ja, okay. Cool. Dann hast du es verstanden. Ja, ja. Natürlich. Zunge. Genau. Und irgendwann erst merkst du, ah, ich kann das bewegen. Ja. Ja. Genau. Und Facial Feedback und auch, weiß ich nicht, wie es heißt, aber auch Körperfeedback. Also auch da kopiert man eher, wenn man sich hinsetzt und so sitzt, das lädt den Schüler eher ein, auch so zu sitzen. Ja, wir haben es ja auch gemacht. Richtig. Das steckt an. Das ist ja auch diese Spiegelneuronengeschichte, oder? Dass wenn jemand, auch die Stimmung oder eben wie jemand sitzt, dass jemand überschlägt und dann geht es in eine Minute und dann kommt die Beine an. Und dann geht es in eine Minute und dann kommt die Beine an. Ja, genau. Ja. Was hast du hier noch mitgebracht? Das ist meine Maturarbeit. Und das war so der Startschuss eigentlich für den ganzen Thema oder warum ich überhaupt angefangen habe, mich für Unterrichten, Pädagogik im Allgemeinen interessiert habe. Ich bin da in einen Kindergarten gegangen und habe die Kindergartenklasse in drei Gruppen eingeteilt. Und mit einer Gruppe habe ich nicht gearbeitet. Mit einer Gruppe habe ich Übungen gemacht. Da ging es um Fein- und Grubmotorik vor allem. Und mit einer Gruppe habe ich Fein- und Grubmotorische Übungen gemacht, die gleichen, aber mit Musik verbunden, mit Sprüchen, mit Klängen und Bildern. Und dann, das waren drei Monate leider nur, wäre wahrscheinlich spannend gewesen, hätte mir das länger gemacht, aber nur schon die Entwicklung zu sehen. Ich habe das gemessen mit einer Skizze von einem Menschen. Das war der Auftrag. Am Anfang, bevor ich sie kennengelernt habe, sollten sie einen Menschen malen. Und dann nach diesen drei Monaten und die Unterschiede waren einfach krass. Okay, zwischen allen drei Gruppen. Oder gab es Gruppen, die sich ähnlich entwickelt haben? Natürlich machen sie sonst auch im Kindergarten so viel. Und ich sage es auch nicht, das war durch mich. Aber die Sprüche, die sie gemacht haben beim Malen und so, der Unterschied war, es war am besten entwickelt mit Musik. Einfach auch, weil sie mehr Freude daran hatten und sich an viel mehr erinnern konnten. Da war es so, ah, den Kreis könnte ich malen, so wie bei dieser Übung, da haben wir die Acht gemalt. Da gab es ein Sprüchchen, ich weiß es nicht mehr. Ich mache dem noch Haare, das ist wie die Rutschbahn. Aber die Verknüpfung von allem. Und auch mit Emotionen daneben, oder? Ja, und ich glaube, das war dann der Punkt, auch warum. Wir sind ja nicht nur Lehrpersonen, wir sind ja auch Musikierende und Menschen. Aber wir haben ja so eine große Leidenschaft für Musik. Und manchmal fragt man sich, warum? Weil es ja auch nicht so ein einfacher Weg ist. Da habe ich auch für mich einfach gemerkt, ja, weil Musik einfach alles verknüpft und mit so vielen Gefühlen verbunden ist. Und die möchte ich weitergeben. Denn wie kann ich das in nur 30 Minuten in der Woche positiv weitergeben? Das ist ja so viel, was man eigentlich machen möchte. Es geht ja eigentlich nur um das Notenlernen und Musikinstrumentlernen. Aber was da eigentlich gesamtheitlich gemacht wird, ist ja... Was alles eigentlich möglich ist, ja. Und daneben stellt sich wieder die Frage, wie bringe ich das in diese 30 Minuten rein? Und wenn du viel zu viel machst, dann ist das... Wir haben noch ein bisschen ein zweites Thema für heute neben der Körperarbeit, nämlich das Einspielen. Weil eben viele dieser Übungen können ja auch am Anfang stehen. Und für mich ist das Einspielen, also ich mache das nicht immer. Ich mache das zeitweise mehr und dann wieder weniger. Und auch nicht mit ihrer Schülerin gleich, mit ihren Schülern gleich. Aber für mich ist es im Idealfall wie so eine Barriere zwischen dem Alltag und dem Musikunterricht, der dann nachher, also der Musikstunde, die dann nachher folgt. Und ist wie so ein Moment, wo ich alles draußen lassen kann und wie so einen Cut mache und irgendwie ein bisschen runterfahre vielleicht auch und mich einstelle auf das, was jetzt kommt als nächstes, oder? Und ich denke, viele dieser Körperübungen erfüllen wahrscheinlich genau auch diese Funktion. Und wir suchen jetzt ein paar Übungen mit dem Instrument. Du hast vorhin das... Ich packe meinen Rucksack gewendet. Genau. Kannst du mir das zeigen? Wie geht das? Sehr gerne. Also ich kenne das Spiel. Ja. Ich packe meinen Rucksack, eine Zahnbürste und dann sagst du... Eine Zahnbürste und einen Teddybären. Eine Zahnbürste, einen Teddybären und eine Watzflasche. Und das kann man, so ein erstes Level wäre das mit einzelnen Tönen, kann man zum Beispiel auch die Töne definieren, wenn das Kind noch nicht viele Töne kennt, sagen in einem Raum von den Tönen, die wir kennen. HAG zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Starten wir mal so. Starten wir mal so. HAG. Okay. Und dann meistens sage ich auch, und da nicht mit der Idee von, ich teste dich, hörst du den richtigen Ton, sondern ich starte mit dem G. Also nicht fehlen, aufschreiben. Richtig. Genau. Ich sage, ich packe in meinen Rucksack ein G. Also du sagst es dann auch? Es kommt drauf an, was das Level ist. Manchmal sage ich das, weil es zum Beispiel dann auch nochmal lernen, nicht nur das geschriebene G, sondern auch, ich spreche, das ist ein G. Ja. Gut. Und dann sage ich, ich packe ein G. Okay. Ich packe ein G und ein A. Genau. Ein G, ein A und wieder ein G. G, A, G, H. Und so weiter. Genau. Und so weiter. Und das kann man dann auch spielerisch machen, dass man sagt, schaffen wir zwölf Töne. Unbedingt. Richtig. Und dann ist der Fokus direkt da. Merkst du da einen Unterschied zwischen Knaben und Mädchen? Nein. Bei sowas nicht? Nein. Das ist spielerisch, das ist gerade bei Kindern nein. Ich meine, wenn es diese Wettbewerbskomponente dazu kommt. Also beim Wettbewerb ist natürlich wichtig, ich sage nicht, ich kann mehr als du, sondern schaffen wir gemeinsam. Da sind die Kids ja eigentlich oft besser, oder? Bei so Memory-Geschichten, oder? Ja. Und das ist auch mehr ein Ansporn. Vielleicht ist es etwas, was ich eher bei Jungs habe, aber auch Mädchen, die extrem Bock haben auf dieses Sportliche. Aber natürlich dann mit der Idee, dass auch ein Thema Flow, wie kommt man in den Flow, dass man in einem Bereich ist, wo weder Überforderung noch Unterforderung ist. Also ich komme da jetzt nicht und sage, Töne G, A, H, Matthias, schaffen wir 30? Oder? Das ist dann direkt so schwierig. Oder schaffen wir drei? Also dass man da dann den Richtigen erwischt oder sagt, was denkst du, was können wir schaffen? Oder schaffen wir noch fünf mehr? So ein bisschen so spielerisch. Und wenn es dann sehr gut klappt, dann kann man beispielsweise dann in der nächsten Woche, mache ich das manchmal, dass ich sage, ich starte mit dem G, aber ab dann sagen wir die Töne nicht mehr, dass sie es selbst erkennen müssen. Und das kann beispielsweise auch schon eine Komposition sein, die erste Komposition. Und die dann aufschreiben als Hausaufgabe. Dass das dann weiterentwickelt. Und wenn jemand gut ist, dann schon fortgeschritten ist, dann kann man das mit Phrasen machen, dass man vier Töne einpacken darf direkt. Ah, klar. Dass da ganze Melodien entstehen irgendwie. Ja. Das ist lustig, um sich einzuspielen. Dann natürlich kreativ sein. Ich packe ein langes G ein. Da haben wir schon mal einen langen Ton gespielt. Zwei kurze A. Da schaut, wie reagiert es gegenüber. Eine Einspielübung für fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler. Das wird dann schon schwieriger. Zum Beispiel jetzt eben längere Phrasen nehmen, das wäre sicher was. Aber zum Beispiel eine ganz andere Übung. Etwas, was wir vorher gemacht haben, ohne das zu definieren als Übung, haben einfach beide lange Töne gespielt. Ja. Und manchmal gab es Reibung, manchmal war es der gleiche Ton. Und das kann man jetzt Improvisieren nennen. Man kann aber einfach sagen, wir spielen lange Töne. Wir reden zusammen. Ja. Wir können sagen, zwei Katzen laufen durch den Wald. Zum Beispiel. Wenn man nicht. Ja, genau. Oder ein Bild suchen. Dass man nicht sagt, hey, wir improvisieren jetzt. Genau, Achtung. Achtung, wichtig. Sondern nein, wir spielen Töne und das sind Zufallstöne. Ja. Komm, das machen wir mal. Ja. Amen. Mega geil, oder? Da kann man eigentlich nachher wahnsinnig viel auch weiterziehen, oder? Also wir könnten jetzt über Intonation sprechen, wir könnten über Dur und Moll sprechen, über Dissonanz und Konsonanz. Eine Einspielung, die ich eine Weile gemacht habe, dass jemand den einen Ton haltet, also bleibt, und die andere Person spielt verschiedene Skalen darüber, aber quasi der Grundton bleibt immer gleich, aber zum Beispiel noch wechselt ab zwischen A-Dun und A-Moll. Ah, cool. Und wollen wir das mal machen? Ja. Ich spiele mal den A und wir wechseln auch ab. Ja. Redest du klingend, oder? Du redest in unserem Puls. Ne, für uns jetzt mal. Genau. Also ich beginne mal mit dem langen A und du spielst Dur oder Moll und dann wechseln wir ab. Man hat immer die Wahl nach Dur oder Moll zu wechseln oder den Ball weiterzugeben sozusagen. Ja. 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 Das kann jetzt zum Beispiel auch, wie du angefangen hast, einfach nur Tonleitern sein, um mal überhaupt zu hören. Und man könnte auch sagen, du spielst immer Dur, ich spiele immer Moll. Ja, sehr cool. Nehme ich auf. Eine gute Idee. Und das war eine Übung, die ich sehr gerne gemacht habe, weil eben das Eintauchen so gut ermöglicht. Und man einfach mal ein bisschen Zeit hat. Und es gibt schon sehr viel für mich auch Emotionen durch diese schönen Klangfarben. Diese unterschiedlichen Klangfarben, die man dann erleben kann. Und ja, wenn das so gelingt, auch eben, dass man merkt, der Schüler kann jetzt eintauchen, ist jetzt mal einfach nur völlig am Aufgehen in der Musik und ist im Flow. Das finde ich mega cool eigentlich. Mega. Ich denke, wenn mir das gelingt beim Einspielen, dann bin ich immer sehr happy, weil dann finde ich, ist es eben so ein guter Cut gegenüber dem Alltag. Da kommt dir dann früh genug wieder. Kennst du Drohnen? Das sind Klangdrohnen. Ne. Weil das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben, kann man auch alleine machen. Beispiel auf YouTube gibt es diese Cello-Drohnen. Ah, okay. Das ist zum Beispiel ein klingendes C. Und das ist genau die Funktion. Ja. Das kann auch im Unterricht cool sein, auch gerade Intonation. Und dass beide sich frei bewegen, wenn jemand schüchtern ist und sie nicht getraut, selbst die Töne zu wählen. Ja. Dass man einfach den Ton so hat. Ja. Und dann mit dem arbeite ich selbst einfach sehr gerne. Ja. Also ich habe mal einfach so Referenztöne aufgenommen. Das ist ja wahrscheinlich etwas Ähnliches. Ich habe dann einfach alle Töne mit Stimmgerät gespielt und geguckt, dass die eigentlich mal sind Stimmen. Und die hast du auch geschickt dann zu den... Und ja, genau. Ah, cool. Da sage ich dann mal, ah, kannst du... Also für Intentionsübungen hauptsächlich. Aber man könnte sie eigentlich auch dafür gebrauchen, ja. Ja, weil das dann klingt so... Es ist dann ein bisschen wie diese indischen... Genau, genau. Es ist ähnlich, ja. Und das Coole ist, man hat nicht das Gefühl, man... Also es ist schon ein Klang da. Ja. Und man kreiert... Man hat weniger das Gefühl, man kreiert, weil schon was kreiert wird. Das hilft manchmal. Ja. Dass man auch wieder einfach mitmachen kann. Genau. Und nicht zu alleine. Genau. Deswegen mag man ja auch die Playalongs so. Ja. Songs, wenn man ein Playalong dazu hat, da kommt ein Intro und dann geht's los, oder? Und man muss nur noch mitmachen. Genau. Und wenn man aber einzählen muss selbst, wenn die Schülerin selbst einzählen muss, das ist ja schon mal heavy, oder? Heavy Schritt. Und ja, ich mag das, wenn da noch was im Hintergrund... Ja. Auch selbst. Und so weiss ich, ich habe das den ganzen Tag, ich muss so viel üben. Erstmal lange Töne. Sehr schön. Ich glaube, wir haben viel besprochen heute. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, das ich hier nicht, wonach ich nicht gefragt habe, oder? Also ich glaube, ihr müsst einfach diese Broschüre euch holen und anschauen, oder? Und ausprobieren. Das ist eigentlich das Wichtige. Genau. Ausprobieren, ergänzen mit euren eigenen Ideen und Erfahrungen, auch welche Richtungen, die auch immer kommen. Du hast gesagt, du hast deine Inspiration aus Yoga, aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, oder? Also Atemübungen von verschiedenen Lehren wahrscheinlich. Bei mir war es dann eher so das Tai-Chi, Shigong. Und viele Titel kommen von den Kindern. Also das auch, dass man, genau, dass man sagt, komm, wir machen mal das, wie sieht das aus? Ja. Dass man, deswegen, vieles wirkt kreativ. Kann auch sein, dass es auf viele Schülerinnen und Schüler nicht passt, oder zu weit hergeholt ist. Ja, oder eben einfach vielleicht eine andere Verpackung. Oder einen anderen Zugang braucht, damit sie es trotzdem mal ausprobieren, oder so. Ja. Genau, also das wäre das eine. Das andere ist die Einspielübungen. Also wenn du selber noch deine Lieblings-Einspielübungen teilen möchtest. Sehr gerne. Oder überhaupt findest du ja Einspielen völlig überbewertet, oder Einspielen muss man unbedingt jedes Mal machen, und zwar genau so, dann teile uns das doch mit, über die YouTube-Kommentare oder über eine E-Mail nach matthias.teachingsexophon.com. Und wir sagen, wir freuen uns auf viele weitere Ideen. Sehr, ja. Und auf viele weitere Pinguine und Katzen. Genau. Und Fluffballons. Genau. Danke vielmals fürs Kommen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.